Erich Blum, man hatte am Anfang das Gefühl, dass der Playoff-Modus ein wenig gefällt. Ohne diesen Rhythmus reinkommen hat das ganze Spiel? Gut, ich weiss nicht. Vielleicht hat das Spiel ja Intensität gefehlt. Man hat auch das Gefühl, dass das Game sehr gut auf euch eingestellt war. Was hat dir gefällt, damit ihr das System nicht durchbrechen konnte? Ja gut, ich glaube grundsätzlich Chancen haben wir viel gehabt. Die Goals haben es sicher gefällt. Wenn man es ein oder zwei Goal macht, ist das natürlich ein ganz anderes Spiel. Klar sind es gut auf uns eingespielt gewesen. Gleich wie mir auch auf sich. Das ist natürlich kein Geheimnis mehr. Also es gibt kein Geheimnis mehr. Jetzt haben wir zwar die Niederlage im Rücken, aber einen grossen Gedanken macht man sich nicht? Nein, das sind die Playoffs. Ich meine, es ist ein Match, eine Niederlage. Es geht noch lange und es sind nicht irgendwelche Floskeln, sondern es ist einfach so. Es war das eine Match und wir schauen für ihn. Merci vraiment. Merci auch.